Ein idyllischer Blick in die Ferne. Ich bin nass. Ich werde nass. Iiiiih, Wasser. Ekelhaft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir haben Tag 24, Jasmin. Jasmin? Ja? Wir haben Tag 24, ne? Es ist 4 Uhr morgens. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen was und dann, äh, was machen wir denn? Ich würde gerne noch eine Klingenfalle machen. Ich wollte ja einen Mixer kreieren. Mixer? Für einen Zombie-Smoothie. Äh, 15, 15. Oh, da könntest du dran hapern. Ich hab meine Sachen gar nicht weggeräumt hier gestern. Ne, gestern? Wann haben wir ihn gespielt? Oh, ja. Wir haben... Letztes Mal auf jeden Fall. Geschmiedeten Stahl haben wir nur 15. Und wir haben immer noch keinen Schmelztiegel. Ja. Das ist ja jetzt natürlich ärgerlich. Das ist es wohl. Ja. Guck mal, wir haben doch jetzt beide ein Fahrrad. Hä? Fahrrad. Ein Fahrrad. Was hältst du davon, wenn wir mit dem Fahrrad eine kleine Rad-Tour machen? Wohin denn? Äh, zum, äh, ich weiß auch nicht. Krankenhaus? Boah, nee. Ich hab keine... Ich hab irgendwie keine Lust zum Krankenhaus. Ja, ich shoppe auf den Schmelztiegel, dass ich den finde. Hab ich Punkte? Warte mal. Oh, ja. Du musst du, glaub ich, irgendwie herstellen oder so. Du hast Punkte? Warum hast denn du Punkte? Hab ich noch nicht investiert. Äh, ein Punkt. Du bist jetzt Elektriker. Lerne Generatoren zu fertigen und schütze deine Basis mit fortgeschrittenen Verteidigungen wie Elektro-Zoll und Klingefalle. Was? Hä? Was hast du denn? Entweder lerne ich jetzt Mini-Motorrad-Meister oder ich investiere nochmal in fortgeschrittenen Ingenieur. Ich hab noch eine Klingefalle gefertigt. Und ich hab auch einen Generator gebaut. Oh, 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 oh. Und hör auf zu... Dappern. N-Nein. Ist doch ein Generator. Warum? Generator. Ja, ich, äh... Hä? 2 Uhr nach... Es ist... Hä, sagt er. Hä, sagt er. Oh, ja, cool. Dann können wir ja bald Patronen hier herstellen. Äh, ja. Dass du alles wertlich machst. Das ist ja richtig. Geh mal weg hier. Ja, dann haben wir, äh, 500 Munitionen, die wir herstellen können. Gut, wenn wir das selber machen können, ne? Ja. Nein. Ich denke, das bringt uns weiter. Wir haben ja auch noch diese zwei automatischen Schrotflinten-Geschütztürme. Aber ich weiß noch nicht, wer in den Geschütztürme... Äh, ich hab'n bisschen Angst, wenn ich die platzieren sollte, dass der... dass die Spucker die weghauen. Die Spucker, ach ja. Na hier, wir hatten noch, wir hatten noch, wir hatten noch letztes Mal diese dicken Polizisten. Deswegen hätte ich hier gern einen megamäßigen Schredder. Und vielleicht die Schrotflinten hier so gereiht. Noch ein paar mehr machen. In der Hoffnung, dass er die nicht kaputt macht später. Achso, und ich wollte noch mal was ausprobieren. Siehste, wo wir doch schon mal hier sind. So, und zwar... Wir haben ja noch ein bisschen Bedong. Bedong. B- oder A-Tron. Bedong. Ich würd gern wissen, kann ich die Steine unter der Klingenfalle... auch aufwerten? Oh, geil! Das ist ja geil, oder, Jasmin? Was denn? Ich kann das aufwerten. Ich hab' kein Bedong mehr. Bedong. Für Bedong brauchen wir einen Bedong-Mischer, oder? Mhm. So. Dann fangen wir das einmal zurück. Komm ich da an? Perfekt. Äh, da. Okay, was hab' ich denn eben noch mal... Mini-Motorrad-Meister. Motorrad. Ein Mini-Motorrad. Au! Mini-Motorrad-Fahrwerk. Mini-Motorrad-Lenker. Batterien haben wir... Batterien haben wir ja... Räder müssten wir herstellen. Ah, wer was kosten? Geschmied... Was kosten? Oh, das ist alles so teuer, Jasmin. Ja, jetzt schon wieder du hast. Wieso hat die denn schon wieder Lust? Ich hab doch grad' umgehend... Scheinwerfer... Haben wir. Cool. Okay, das heißt, ich brauche ein Mini-Motorrad-Fahrwerk. Äh, 10 Eisen. 4... Wir gehen mal nach und nach durch. So. 1, 2, 3, 4, 5, weg, weg, weg. Ich wollte auch noch mal dieses Messer da machen. Waren das 10 oder 20? Nee, ich wollte 20 haben, ne? Nee. Acht, ich kann mir das nicht machen. Dann waren es 4, also 8. Ja, komm mal her, ihr Schätzlein. Ich hab gerade Langeweile. Äh, hiervon auch 8. Was brauch ich noch? Oh, nee, davon brauch ich ja sogar nur 1. Also, 2. Äh, Klebeband brauch ich auch 8. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kostet wieder Ressourcen, Jasmin. Ja. Jawoll, ich hab ihn getroffen. Gut gemacht. Guter Junge. Ach, Leder. Leder brauch ich auch. Okay, mal stehen da in der Otto. So. Okay, geht jetzt hoch. Er ist ja schlau. Jetzt haben wir 2, dann brauchen wir den noch. Äh, äh. Eine Runde spielen. Äh, 8, 12. Äh. 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 Da brauchen wir Schraubfedern auch hier. Oh, hier kommt ein bisschen, ein paar Hunde. Ja. Oder Wölfe oder so, irgendwas Großes. Und 2 elektrische Teile. Und 2 Scheinwerfer. Brauchst du Hilfe? Nee, die sind unten. 3 Hunde. 4, 5. Oh, ha. Wo kommen die denn her? Äh. Ey, Schatz, hier ist alles voller Wölf oder Hunde. Ja. Warte, ich bin... Lass sie runterfallen. Nee, der ist eben schon runterfallen. Lass ihn runterfallen. Ich hab die Klinge angemacht. Ja, ist das. Wichtig. Wichtig. Geil. Das war's mit ihm. Das ist ja cool, oder? Aber wir kriegen dann keine XP, ne? Wenn die da reinfallen. Ja. Ich hab ihn getroffen, der ist gut. Oh, er kommt hoch. Aber mach den mal tot, so. Nicht in der Klinge. Sonst zerfetzt er doch. Nein. Der wird nur püriert. Außerdem hab ich die Klinge aus. Ich wollt grad sagen, sonst kriegen wir kein Fleisch. Aber ein Smoothie. Bäh. Ein schön Hundesmoothie. Komm ich gar nicht so weit. Der ist voll schnell, Mann. Oh, ich muss hier... Die anderen wollen auch mal herkommen. Jetzt dreht sich die Tülle. Ich versuch's, sie gerade anzulocken, indem ich Stöckchen schmeiße. Oh, hab einen. Der kommt rein. Ich hab... Ich hab eine Idee. Vorsicht, Hund! Achso, äh, ja. Da war ja was. Äh, noch ein Hund? Ja. Der hält aber... Alter Schwede. Der ist aber taff gewesen. Ich bin infiziert und hab keine Ausdauer. Wieso hab ich denn schon wieder keine Ausdauer? Wir brauchen das Fleisch. Ja, ich lock den nächsten an. So, der kommt. Ja, die sind doch irgendwann weg, die Hunde. Die gehen doch weg. Ja, wir sollten den hier noch schnell töten. Da hat er aber nicht mit gerechnet. Ja, ich geh mal runter. Er haut ab. Was? Der Freikling. Ja, der haut ab. Gehst du schon runter? Ja. Ich hab nur noch... Der kommt wieder? Ja. Ja. Er kommt nach oben. Okay, er das... Der ist voll schnell, ne? Also, er kommt gleich zu mir, ja? Ja, der ist jetzt grad hier bei mir. Oh. Ich hab ihn getroffen erst kurz. Gut gemacht. Oh, du hast ihn mir sogar runtergeschmissen. Schön. Ja. Mega, ey. So viele Hunde. Nee, Wölschte. Oh, da hinten liegt ein Lootbag. Äh, wo? Ein gelber... Äh? Hinten da am Berg. Oh. Gehst du zum Lootbag? Ja. Hier liegt ein gelber Sack. Waren das nicht vier Hunde? Waren mehr Hunde, ja. Weil ich hab jetzt hier nur drei gehabt. Vielleicht ist der andere abgehauen. Hab ich das nicht fertiggestellt? Rahmen. Dann kann ich mir ja auch ne Knarre mitnehmen wieder. Wenn wir da genug Munition haben. Ja, ich hoffe, dass wir gut Munition, äh... Dann nehm ich erst mal meine Pistole mit. Hm, ich hab jetzt nix zu kaufen. Komm, noch ein Hund! Wo? Hab ich grad gehört. Der hat... ... ... oder Wolf, was auch immer. Hm. W-w-w-w-w-w. Maispflanze. Ah, war noch im Anbau. Hier ist der Hund. Hä? Wo ist denn jetzt meine Knarre? Ähm. Ich, 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 ich wollte mit dem Hund spielen und er ist irgendwie umgefallen. Ich hab nen Knüppel rausgeholt, damit wir Tauziehen machen können. Das mochte der wohl nicht. Da. Oh. Fett. Oh. Nein. Jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei. So. Muss mal wieder was trinken. So, jetzt brauchen wir nochmal drei Maisamen. Oh, ich habe Hunger, Jasmin. Ich hau mir mal ein Steak mit dicken Kartoffeln rein. Äh, wo war ich denn stillgeblieben? Da haben wir noch mehr Hunde. Was ist denn hier los, ey? Wieso kommen denn die ganzen Hunde? Irgendwo habe ich gerade noch einen gehört. Ah, elektrische Teile. Ja, ich muss ja doppelt nehmen. Da hat noch gerade noch einer gebellt. So. Perfekt. Wie viel Fleisch hat mir das jetzt gegeben? Ähm. Er steht wieder. 125, 135, 144. Boah, cool. Aber irgendwo hatte ich noch reingehört, eben. Da hat doch einer gebellt. Äh, den habe ich auch gerade weggeholt. Ach so. Ja, 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 ja. Da war ich schon, Jasmin. Hä, du warst doch eben drin, da hat das noch gebellt. Hm. Was? Was sind unsere... Aha. Hä? Nö, ich habe nur gerade winken geguckt, wo die Knochen sind. So, das haben wir jetzt schon mal alles weg. Denn... Äh, wie sieht das hier aus? Alter. Ey. Kannst du mal... Über mich kriegst du dich immer auf, aber selber bist du nicht besser, ey. Und wo stelle ich denn das her? Ah, ich muss ja das auch hier herstellen. Wo waren denn die Blutbeutel drin überhaupt? Da. Ja. Äh. Äh. Äh, äh, äh. Äh, wir haben gar kein Antibiotika. Ich bin infiziert. Äh, ist das ansteckend? Ja. Kürbispflanze. Kürbisanbau. Anbau, 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 Anbau. Äh. Äh. Ich hab mal ein bisschen Wasser abgekocht. Achso, du bist so gar nicht hier. Das hast du gut. Lass mal alles weg. Gut. Das haben wir. Das kann ich jetzt noch nicht machen. Da fehlen uns die Kartoffeln. So, dann sind ja noch welche. Neun Sekunden. Noch gar nicht fertig. Kann ich schon mal gucken. Äh, Räder. Haben wir noch Räder? Eins. Äh, wie stellen wir Reifen her? Bei. Ah, Rad. Oh mein Gott. Das ist ja teuer. Hm. Äh. Also, ich bräuchte rein theoretisch dreimal Säure. Die, die wir da haben. Eins, zwei, drei. So. Den brauchen wir noch. 46 Plastik. Plastik. Plastik haben wir genug hier hinten. Ich weiß nicht. Ziemlich knapp bemissen, ne? Was hab ich gerade gesagt? 46? 46. Äh. Denn benötigen wir hier Öl. Ne, gar nicht. Sechs Öl. Öl haben wir auch. Hm. Habe wir alles da. Sechs Öl. Sorry. So. Und, äh, 30 Kohle. Kohle hab ich auch gerade irgendwo reingepackt. Hinten. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viele. 19. Ja. Hab ich nämlich gesammelt. 19. Ja. Ich weiß nicht, wo die andere Kohle ist. Haben wir noch mehr? Ne, ich hatte ja mal voll viel gesammelt. Wahrscheinlich hast du das schon wieder für irgendwas verbraucht. Hier wäre noch eine Batterie. Wir haben auch nur eine Batterie. Und wir haben keine Motoren mehr. Hä, natürlich. Was für Motoren denn? Äh. Generator-Motoren. Dann kann ich das ja gar nicht bauen, was ich hier die ganze Zeit vorbereite. Was für Generator-Motoren? Hm. Genau die, Jasmin. Genau die Kacke. Ich? Du weißt nicht, welche du meinst. Ja, ist nicht schlimm. Ich kann es sowieso nicht bauen. Äh. Auch eine Kohle-Mine. So haben wir denn nur eine Batterie? Gut. Muss ich die halt abbauen, ne? Äh. Munition. Äh. Schisspulver. Oha. Könnte knapp werden. Oh, das ganze Schisspulver ist dafür draufgegangen. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Das ist ja, äh, meine Hausnummer, ne? Gut, äh, ich würde sagen, ich genehmig mir einen Schluck Wasser. Und dann werde ich mich mal auf die Reise begeben. Wir brauchen Kohle. Woher bringen wir denn Kohle her? Im Brandgebiet. Brandgebiet ist Kohle. Brandgebiet war da hinten, ne? Möchtest du mitkommen, Jasmin? Nee, ich bleib hier. Ich sammel erst mal wieder ein bisschen Holz und so. Das, was wir auch eigentlich noch alles brauchen. Kannst du denn bei Gelegenheit, äh, die Treppe, da ist ganz unten noch ein Stück Rahmenform, die aufwerten? Ja. Sehr schön. Dankeschön. Ich nicht vergesse. Bis später, Hildegard. Ja, Harald. Bei der Gelegenheit würde ich... Bring mir, bring mir was Schönes mit. Oha, Schlagloch. Achso, ich hab hier noch eine Quest. Säubere das Gebiet. Das könnte ich mal gleich machen, dann hab ich wieder Loot. Weil jetzt bin ich infiziert und hab kaum Ausdauer. Kann ich hier eigentlich... Vielleicht findest du hier Antibiotikum. Oh. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, vielleicht find ich Antibiotikum. Okay, ich dachte, mein Mikro spinnt. Kann ich den ganzen Schrottplatz abbauen? Nee, das geht wieder nicht. Das ist nicht nur Eisen. Oh, schade. Aber... Wolltest du es so machen? Äh, ich will hier eine Quest erledigen, ne? Dann kommt das Lootwerk zurück. Und so lange baue ich hier alles ab, was mir elektrische Teile und sowas gibt. Bei mir zeigt er gar keine Quest mehr an, ey. Ich hab schon überlegt, vielleicht, äh, hat das nicht funktioniert, weil ich verletzt war. Vielleicht muss ich das unverletzt, äh, überstehen. Glaube ich nicht. Weil ich hatte ja ein gebrochenes, also kaputtes Bein. Es ging doch nur darum, den Bereich... Weil der hat dir irgendwie abgebrochen. Ja, aber du solltest den Bereich doch nur... Nee, die Generatoren anmachen? Ja. Und reinigen, oder nicht? Ja. Mann, du lässt einen auch nie ausreden, ey. Danke. Äh, ist die Mikrorelle dreckig hier drinne. Die müsste auch mal wieder sauber gemacht werden. Ich baue hier gerade den ganzen Schrottplatz ab. Das mache ich noch, bevor ich die Kohle sammle. Äh, mache ich erstmal... Ja, säubere ich das Gebiet. Fange ich erstmal an mit recyceln. Jasmin. Ja, Patrick. Komme ich da an die Satellitenschüssel ran? Das wäre ja auch geil, ne? Oh, Premium. Ich habe keine Ahnung, ich baue wegen dieser blöden Konfektion. So. So. Denn als nächstes gehen wir hier einmal hoch. Das baue ich nicht ab. Jasmin, ich bin zu fett. So, das ist soweit leer. Das muss ich aber genau gucken, was man hier alles abbauen kann. Was kriege ich, wenn ich diese Solarpaneele abbaue? Wahrscheinlich... Gar nichts. Nur Eisen. Oder elektrische Teile? Ich glaube nicht. Doch, und geschmiedetes Eisen kriegst du da auch raus. Aha. Geil. Und nicht gerade wenig. Oh, ich dachte ich... Oh. Ich habe gedacht, man baut die Elemente einzeln ab, aber das ist gleich die ganze Anlage. Das lohnt nicht. Nur ein Kühlschrank oder so? Was ruft der Schrott-Sammler immer hier, wenn er mit seinem LKW langfährt? Alt-Metall, Alt-Metall, Alt-Metall. Nee, Alt-Eisen. Aber der ruft doch noch mehr. Ja. Alt-Eisen, Alt-Metall. Äh, äh. Zum Schluss ruft der auch irgendwas, das ist so richtig langgezogen. Kinderwagen. Kinderwagen. Jeder Schrotti, immer. Kinderwagen. Kinderwagen. Mittlerweile hast du ja nicht mal mehr einen Eismann. Nee, schade, ey. Kennen die Kinder von heute gar nicht. Woanders bestimmt, aber hier ist scheinbar nicht mehr Lukratie. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Eiswagen gesehen habe, um ehrlich zu sein. Deswegen sage ich also, ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr so. Hm, ärgerlich. So, ich würde sagen, ich genehmige mir nochmal ein Schlückchen. Wie sieht denn mein Essen aus? Geht eigentlich. Äh. So. Und ein Wässer hier noch. Später muss ich wieder Plurre trinken. Wässer hier. Ein Wässerchen. Ich habe ganz viel Wasser abgekocht. So. Jetzt einmal die wichtigen Sachen hier ins Fahrrad. Hm. Okay, das war's schon. Jasmin? Ja? Ich beginne meine Quest. Mach mal. Was musst du denn machen? Oh mein Gott. Wir aus Zauberhand sind alle Sachen, die ich gerade abgebaut habe, wieder da und ich kann sie nochmal abbauen. Äh, ich muss das Gebiet säubern. Schon zum zweiten Mal. Au. Letztes Mal war ich wohl sehr schlampig. Aber kannst du dir doch aussuchen. Ja. Ja. Aber wir haben hier blaue Big Bags und ein Herd und eine Solaranlage. Aha. Läuft doch bei uns. Oh. Die hab ich jetzt nicht gerechnet. Wurde eigentlich hier, äh, Gerdgut 1 überbraten. Rahmenform. Einmal die Pfeile zurück, bitte. Munition ist rar in diesen Tagen. In diesen Zeiten. So, die anderen sind oben, ne? Was aber auch bedeutet... Die Rahmenform ist gar nicht mehr da. Rahmenform. Hä, ich brauch die gar nicht. Hä, vor allem, hä. Hä? Schleichpolis. Schleichpolis. Oh, der Koch. Ich sag dir das hier, ey. Ich fühl mich hier wie die Taskforce. Die Elite der Eliten. SWAT ist ein Witz gegen mich. Der hat geschrien wie so ein Hahn. Der Geier. So, ein bisschen Munition. Habe ich alles schon gelernt. Und ist nicht gerade das, was ich möchte. Ich bring dir mal, äh, ein Schlagmannband mit. Schlagmannband mit 6 oder so. Wo sind meine Ruhrzange da? Oh, ich habe kein Reparatur-Kit. Und ich habe auch nicht die Möglichkeiten, mir alles zu machen. Toll. Reparatur-Kit. Was brauche ich da für nochmal? Klebeband und eingeschmiedetes Eisen. Das hapert am Klebeband. Habe ich Kleber? Nö. Natürlich nicht. Wo sind meine Taschen? Kleber? Ich werde brummig. Was wirst du? Ich werde brummig. Brummig? Brummig. Ich brauche Klebeband. Einsmal. Einsmal. Pass auf. Und, Skill. Oh. Klebeband. Oh, ich... Nix. Ah. Hier ist so viel Schrott, Jasmin. Schrott? Schrott. Hier so viel Schrott. Vor allem das Eisen hätte ich... Ich habe auch kein Klebeband jetzt in mein Fahrrad gepackt, oder? Nein, zufällig. Nein. Welche Möglichkeiten habe ich denn, Klebeband herzustellen? Mit Kleber. Hier habe ich weder für das eine noch das andere. Ach ja. Weißt du, was? Nein, du. Ich wollte gerade die Pflastersteine mitnehmen, aber eigentlich drauf gefiffen, wenn ich sowieso hier noch abbauen muss, ne? Ach, komm. Was soll der Geiz, oder? Diese drei Big-Bag... Au! Da hat einer Stacheln einfach in den Rasen gelegt, in den Hohn. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin da reingelaufen. Schau mal einer an, ey. Was da alles passiert. Das ist doch... Das ist doch leichtsinnig gefährlich. Leichtsinnig gefährlich, hä? Ich möchte schon glatt behaupten, dass das fahrlässig ist, ne? Mhm. Ja, da hat der Schrotti aber Glück, dass ich so ein geselliger Typ bin. Hätte ich jetzt angezeigt. Hast du das Polizeirevier hier schon gefunden? Nö, du? Nö. Äh... So, ich bin erstmal zu Hause. Zu Hause? Zu Hause. Ist es doch am schönsten. Ich habe schon 525 Kohle gesammelt. Au! 525 Kohle? Ja, und ich sammle immer noch weiter. Hast du eine Kohle-Mine, oder bist du, äh... Wandgebiet-Bäume-Fan? Nein. Hier liegen manchmal auch so eine Klumpen rum, und da drunter geht's weiter. Okay. Ich denke mal, der kann weg. So. Das sollten wir auch noch haben. Das sollten wir noch haben. Wieso geht der nicht mehr? Oh, ist voll. Wir bräuchten vielleicht bald mal so einen extra Medizinschrank. Ja, habe ich letztens schon gesagt. Oh, den da rein. So, das Buch lege ich zu dem anderen Buch, das du nicht lesen willst, ne? Das lassen wir drinnen. Nur den raus. Hier ist, glaube ich, ne Kohle-Mine. Kohle. Ich lege mal weiter nach unten. Ähm. Wo packen wir denn das hin? Am besten zu dem Mods, ne? Was? Äh, eine vergrößerte Tank... Ne, vergrößerte Tankgröße für Kettensägen und Förderschnecken. Dann haben wir nur noch diese... Den Durst-Löscher. Ich glaube, hier ist die Kohle-Mine. Was ist denn? Ähm... Trübes Wasser. Zutaten. Ich glaube, hier ist die Kohle-Mine. 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 Lüb-dü-dü-lüb-dü-dü! Resepte! Wunderbar! Hast aber ordentlich Wasser abgekocht, wa? Ja. Mein lieber Scholl! Oh, ich hab drei Fertigungspunkte gekriegt! Geil, wa? Ja, ich hab auf meiner Lutro gar keinen gekriegt. Ich hab drei Stück gerade gekriegt. Das freut mich. Auf einmal. Immer noch im Anbau. Wie lange wächst das Unkraut hier? Ja, wir haben ja hier noch angefangen zu bauen. Oh Gott. Jotto, jott. Weißt du was? Vielleicht machen wir hier auch gar keine Fenster. Dann haben wir ein bisschen mehr Raum. Oh Gott. Da ist auch irgendwie ne Mine oder so. Hm. Das, weswegen ich eigentlich hergekommen bin, hab ich natürlich nicht eingepackt. ein Reparatur-Kit. Ein Reparatur-Kit. So. Da. Den machen wir auch gleich. Okay. So, Jasmin. Ich würde sagen, nächste Folge fahre ich mal ins Brandgebiet, wa? Mach das, wa? Ein bisschen erforschen. Und ich hoffe, ihr seid denn auch wieder mit dabei. Lasst gern ein Like da. Schaltet morgen wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschau. Tschüß. Tschüß.